Den kennen wir doch. Meinst du, ich springe bei der Lodge ab? Nee, das macht er nicht. Der Thonsen macht so etwas. Nee, schon links draußen. Nee. Aber jetzt segelt er hin. Wisse, jetzt geht er zur Lodge. Mal so. Ich seh'n da wieder am Schurzen dran. Was? Ich fühl mich erschabt, was? Das hört sich nach einem Piraten an. Geht da noch einer zur Lodge? Eigentlich geht da gar keiner hin. Ich seh' da auch keinen, der dahin geht. Wieso seh' ich denn gar keinen? Ist ja komisch. Wieso geht denn keiner zur Lodge? Ich segel noch. Hier muss ich drüber weg. Ich wollte halt nicht woanders hin. Stattdessen geht's doch zur Lodge. Naja. Füße in der Hand. Wir laufen zur Zone. Und da geht das ab. Sehr gut. Ich hab schon alles. Rüstung. Junge, ich bin gerade erst auf dem grünen Feld aufgekommen. Griff. War noch keine Waffe. Nee, zwei, drei, drei, drei. Ich hab schon alles, aber... Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Und dann geht sie los. Unsere Bolognese. Vom blanken Nixel. In die... Po... Po... Nene... 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 Jesus, wer hat denn hier schon geschossen, Alter? Gibt mich zu... Jesus. Jesus bestimmt nicht. Das kommt hier sogar fast an, Alter. Der war gut mit Mörser. Wenn man da... Sollte wissen, dass ich mal da Lodge fällt. Wieso sag' ich das eigentlich immer zu euch? Wer dumm, dass es so gut zur Runde wird, ne? Sag ich nur so, wie das ist, weil das so ist, wie das ist, ne? Also Jungs. Wir machen jetzt die Löcher in die Hose und dann geht's los, unsere Bolognese mit der Hose und die Löchers. Mit der Hose und der Löchersche. Ah, das wird ja ganz schön cool. So, das hat ja auch keine Muniz. Aber hier wird nur draufgemörsert, weil alle wissen, ich bin hier. Es ist doch schon wieder, was soll das denn? Toni, ich hätte eine Frage, wie nah war's denn? Ah, es ist alles noch im Grünen. Also es hat hier in der Nähe geknallt. Also ich hab den Knall auch gehört, aber nicht gesehen oder so, aber ich bin auch schon drin, ne? Alles gut, alles gut. Ich hab ja auch keine Munizu mehr dafür. Er fragt nur, wie er nachjustieren muss. Das macht nix, ich bin doch drin, aber kann mich hier nicht mehr treffen. Der kann doch so viel feuern. Hier, der mit dem Mörser geschossen hat, wo hast du ihn hingeschossen? Wo ist Toni denn? Äh, in der Lodge. Aha. Tatsächlich. Ist er wieder da. Kleine, stinkige, stinkige Bucsen. Ja. Richtig. Richtig. So kennen sie ihn, die Tonsen. So kennen sie ihn. Tja, das war das eh, ne? Ich wollte hier auch was hin, aber dann dachte ich mir, ne, da geht mir bestimmt wieder das Tonsen hin. Ja, es hat sich sowieso erstmal erledigt. Jetzt brauchst du keine Mörser abfeuern. Hier knallt das gerade wie Sau. Oh, noch Mörser gefunden. Geil. Oh, das ist schon genug. Alter, was ist das denn? Reicht, glaub ich. Sicher, dass es reicht. Ja. Okay. Ah, ich muss niesen. So, mal eben kurz. Aber ich muss niesen. Boah. Abmengungsmanöver. Ist auch jemand. Wenn man was Besseres findet, dann sollte man austauschen, ne? Das ist so. Boah, du flimmst, komm. Ja, den weg, ja. Oh. Ah, ich muss da wieder hin. Das ist hier so umständlich mit dem Bluten manchmal, ne? Oh. Da komme ich ja nicht. Das geht ja nicht. Handfeuerwaffen. Ein geilerer Rucksack wäre ja geil, ne? Ja, denke ich mal auch, ja. Ja, wir nehmen das mit. Hier geht ja jede Menge Kram rum, ne? Aber keine geilen Rucksäcke. Wenn du was von mir hören willst, also hier riecht auch jede Menge geiler Kram rum, ne? Kein Scope, ne? Das Problem habe ich auch so ein bisschen. Das ist echt ärgerlich. Ich nehme es zurück. Hast du doch eins gefunden? Ja. Gibt's doch nie. Sind die keine Rucksäcke richtig? Oder sind die nur dieser Penis-Rucksack-1-Größen? Oder wie für ne homo-bösen Schietti hier? Diese Kacke. Oh, das verletzt. Dafür brauchte ich den Scheiß. Dafür war ich bestimmt. Ich habe das Auto gehört. Warte, ich wusste nicht, wo es war. Oh, da hat dich mal umgebracht. Oh, nee, du. Ich habe das hier gehört. Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich nur aus dem Fenster jumpen sehen und dachte mir, ich habe dein Auto hier gehört. Ich habe dein Auto gehört. Ich dachte, aber du wärst noch weiter weg gewesen. Ich habe hier einen Schalldämpfer, aber den kann ich nicht mal nutzen. Du bist ja wohl verschwendet. Du könntest natürlich um einen Schalldämpfer zu werden, ne? Nö. Ich komme gleich wieder. So. So, der eine ist... Oh, der ist gar nicht so weit weg. Fakarino. Mein Lauf vor ist. No. Wir haben Glück. Wir haben keine Löcher in der Hause. Noch haben wir das nicht. Keine Löcher in der Hause. Oh, hier zwei Schallis für MP gefunden. Nö, aber das spiel ich nicht. Geile Erfindung, die ich kriegen könnte. Tomachinne. Passt schon, sagst du? Wo du haben diese Dämpfer? Was für ein Dämpfer? Wo ist der Dämpfer? Ja. Kann man da noch mitnehmen? Wir haben ja so viel davon, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier noch mitnehmen soll. Kann ich gar nicht mitnehmen. Dann machen wir mal den hier. Ich bin also verrückt, ne? Nach Energy. Kann man gar nicht genug von haben. Woh? Held fit und das auch im Schritt. Oh, hier. Nice ein Ding. Nice ein. Aber ein Weg hier. Mal so einen mit. Das kann man gar nicht. Aber hier noch. Auch nochmal einen 30 Schuss weg. Ja, fallen lassen. Und dann reicht das, oder? Ja, das reicht. Es wurden Fehler begonnen. Was für Fehler wurden bei dir denn begonnen? Wir machen jetzt. Wir machen jetzt. Wir machen jetzt. Hat einer die Zonen übersehen? Wer hat die Zonen übersehen? Der hat der Benjamin. Wieso? Brennt er schon wieder? Sprach von Fehler und... Die Stimme hörte sich hektisch an. Meistens kann man da eine Schlussfolgerung rausziehen. Es ist was passiert. Oder passiert gleich. Oder so. Ich werd nicht mehr. Das ist echt witzig. Das ist echt witzig, Alter. Soll ich euch berichten? Nö, zähl mal. Ich steig in ein Auto ein, ja? Reifen vorne rechts platt. Komisch. Was war dieser Bernd auch noch? Ja, erzähl weiter. Ich glaub, das wird jetzt eng hier. Ich glaub, hier ist einer. Bin ich sicher. Ist hier weiter, oder war das nur das Witzige mit dem Reifen? That is it. That is it gewesen. Und ich bin halt mit mir weitergefahren, ne? Aber, äh... Oh, 6-fach Scope hab ich leider schon. Naja, gut. Ja, da bin ich mit gefahren, ne? Ich hab mir dann schon fast gedacht, dass der Toni wieder hier irgendwie ein Auto klauen will. Na, ich war halt noch in der Lodge, ne? Ja, da war ich halt relativ nah bei dir, war. Ja, mit deinem Auto, du warst das, ne? Nein. Natürlich hast du das. Du hast mich doch lieb gegrüßt, hast du doch. Ich wollte nur, dass du in die Richtung der Straße kommst und siehst. Scheiße, die Autos sind kaputt. Also, shit happens, ne? Richtig assi. Richtig assi move, so, ja? Geh mir doch mal im Shippies, ja. Oh, ist der riesig. Aha. Mr. Tonson. Stehen wir jetzt gleich an der Zone. Du spielst ja, warst wahrscheinlich momentan irgendwie so schick, dass du abends ein bisschen länger spielst, aktuell, ne? Ich hab Urlaub noch. Nächste Woche noch komplett. Nicht so, falls also die anderen nachher weggehen. Ach, die sind ja runter, oder? Ja, dann könnten wir beide ja zum Beispiel noch zu zweit eben hier gegen andere spielen. Ja, wir können aber nur ein, zwei Runden, weil ich morgen Vormittag um 10 nach 8 beim Zahnarzt sein muss. Das ist ja in Ordnung. Da spielen wir eben nur ein, zwei Runden, aber wir können ja trotzdem ein, zwei Runden spielen. Absolut, das kann man machen. Das ist tremendous. Das können wir tun. Das habe ich gebraucht, jawohl. Ich hab schon wieder so ein ganz schlechtes Gefühl. Ich hoffe, dass eigentlich den stirbt. Ja, weil der ist so leise. Das ist mir... Wer ist leise? Benjamin. Ich bin immer leise. Benjamin rennt schon die ganze Zeit in der Zone rum und heilt sich die ganze Zeit. Echt? Machen wir doch nicht alles nach. Machen wir doch. Bärnd, wieso machst du das? Was denn? Du kannst doch jetzt nicht einfach an jedem Auto vorbeifahren. Und den Reifen kaputt schießen. Ist so ein Assi-Move, Walter. So ein kleiner Stricher, ey. Woher weißt du das eigentlich? Ach, nur so. Vielleicht habe ich dich kurzzeitig gesehen. Ich dachte erst so. Scheiße, der hat da einen gesehen. BAM BAM BAM. Hä? Warum schießt der denn? Und fährt weiter, ey. Was der Fotz, ey. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Ja, also wirklich. Kannst du mal aufhören damit? Was der Fotz, ey. Was er? Ja. Was der Fotz, ey. Ole. Es ist mir sehr gut. Was der Fotz, ey. Hallo? Was der Fotz? Was er? Was der Fotz, ey. Was der Fotz? Okay. Nein, ich bin vor meinem Trigger abgerutscht, Alter. Oh, fuck, ey, ich bin so abgerutscht, sonst hätte ich dich gehabt, ey. Oh, oh, schöne Sachen hat er. Ja, wer lebt denn jetzt noch? Ich. Und der Herr Behrendt. Alter, what? Der hat sich bewegt. Der kommt da von Ihnen angesnackt. Ich hatte den Benjamin's Waffe genommen und ich musste noch nachladen. Ah, sehe ich ja auch gerade. Fuck. Ist der Tarnhelm eigentlich aus dem Drop oder ist der aus, irgendwo lag der rum? Den, den ich jetzt habe? Ist er unter dem Skin, würde ich sagen, oder? Irgendwer hat den Skin davon, ja. Ich. Ich bin gerade fast an der Zone gestorben, zweimal. Alter, der hat so viel Schaden gemacht. Wieso? Weil er das Auto nicht mehr fuhr? Nein, ich hatte gar kein Auto da. Ich bin geschwommen und dann war ich kurz vor Tod, Alter. Wenn er eine Millisekunde länger hätte, das genau, um Medikid anzuwenden, wäre ich direkt gestorben. Direkt, Alter. Ich wäre direkt mausetot. Damit nicht gerechnet, dass die Zone so einen üblen Schaden macht. Drei Medikids verbrasst, glaube ich. Aber zwei auf jeden Fall. Komm, dass wir den Autoreifen zerschießen, das ist richtig assi, oder? Ja, das ist schon... Ich wollte es einfach mal eine Runde machen. Wer lebt denn jetzt noch, Chris? Glaub ich ja. Also man kann Autoreifen auch zerschießen? Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade bei drei oder vier Autos angehalten, die Reifen zerschossen. Und warum ist das assi? Warum soll das assi sein? Ja, damit... Das war immer in der Nähe der Zone oder vom Zonenrand. Und damit die Leute nicht in die Zone reinschauen. Und warum soll das assi sein? Das ist doch Taktik. Ja, das ist Taktik. War es eine assi-Taktik. Das ist gemein. Nö. Wir brauchen gleich mal ein bisschen Ruhe. Hier wird es gleich eng. Hier kann man gleich mal was schnacken. Nö. Das ist keine assi-Taktik. Das sehe ich anders. Die ist vollkommen falsch. Okay. Alles ist erlaubt. Im Krieg? Ja. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und der hat gesessen. Voll irgendwie Popo. Reicht nicht mehr. Ohne. Alter. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war so low. Ey Jesus. Hast gut gespielt. Der hat gut gesessen. Der hat aber richtig gut gesessen. Junge Alter. Hammer ey. Nice gespielt. So. Was war jetzt mit den Reifen zu schließen? Das war eine miese Nummer. Ne. Gib ich auch zu. Das ist wirklich nicht so. Ne. Werde die Nummer. Ich sag mal so. Ja. Natürlich. Es ist eine Taktik. Aber es ist schon eine miese Taktik. Ja. Ist auch miese. Aber. Leute. Danke fürs zu sehen. Das war Chris seine Runde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.